So hier ist wieder euer Tommy am Start hier. Heute zeige ich euch diesen Wagen hier. Dazu muss ich sagen, mit dem macht es auch echt Spaß rumzufahren. Ist auch nicht gerade langsam, geht gut ab. Ist auch noch einer aus den ersten Wagen, wo es hier gab bei GTA und der war auch nicht ganz billig. Ist glaub jetzt immer noch nicht gut billig, aber ist einfach cool. Muss mal haben. So sieht er mal von vorne aus. So von der Seite. So von hinten. Und nochmal von der Seite. So, dann machen wir mal den Wagen hier auf. Was geht? Und so seht ihr dann mal auf, wenn er auf ist. Finde auch ganz cool. So, dann machen wir ihn wieder zu. Dann gucken wir mal nach innen. Wie er von innen aussieht. Muss ich sagen, von innen nichts Besonderes jetzt. Aber man sieht höchstens bisschen den Motor. Höchstens etwas hier. So. Dann zeige ich mal, das war es erstmal wieder von mir hier. Ich freue mich dann schon beim nächsten Mal, wenn ihr auch wieder am Start seid. Euer Tommy.